Blow-Off-Ventil, Pop-Off-Ventil, Schub-Umluft-Ventil, Zisch, Dings, Bums, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich möchte einmal erklären, was macht das Pop-Off-Ventil und wie baut man es am besten ein. Wir nennen es Blow-Off-Ventil und die Funktionsweise des Blow-Off-Ventils, also das Abblase-Ventil, wie es Deeple oder Google übersetzen würden, ist relativ simpel. Der Turbolader saugt Luft an, komprimiert diese und schiebt sie Richtung Motor. Diese Luft ist dann entsprechend die Ladeluft, die geht dann meistens noch durch den Ladeluftkühler und letztendlich in die Drosselklappe. Wenn die Drosselklappe offen steht, ist das alles super, der Turbolader dreht sich, alles wird in den Motor befördert, alles ist schön. In dem Moment, wo ich vom Gas runtergehe, um in den nächsten Gang zu schalten, um auszurollen auf der Autobahn oder was auch immer, schließe ich die Drosselklappe. Und in dem Moment, wo die Drosselklappe schließt, schiebt der Turbolader weiter die Luft, aber gegen eine Wand. So, logischerweise ziemlich blöd, weil es würde ein Staudruck entstehen, ein Überdruck, was auch immer. Und der Turbolader, der sich ja weiter dreht, weil weiterhin Abgase befördert werden, vielleicht nicht so schnell, aber er dreht sich weiter, würde dann ausgebremst werden. Die Folge davon ist, Lagerschaden im Turbolader, ausgeschlagene Wellen etc. Früher, bei älteren Fahrzeugen, gab es keine Blow-Off-Ventile, da war das häufig gang und gäbe, dass deswegen die Turbolader auch kaputt gegangen sind. Ein Blow-Off-Ventil macht folgendes, es öffnet in dem Moment, wo die Drosselklappe schließt und die Luft gegen die Wand arbeitet, einen weiteren Kanal und lässt diese Luft ab oder weg oder raus, wo hin auch immer erstmal, damit der Turbolader weiter drehen kann und die Luftzirkulation weiter stattfindet. Wenn es geöffnet ist, kann es entweder in die freie Luft abgeblasen werden, dadurch entsteht das Zwischengeräusch, je nach Hersteller verschieden und je nach Ladedruck verschieden, oder es wird rezirkuliert, das ist das, was in der Serie häufig stattfindet, das heißt, die Luft wird wieder vor dem Turbolader zurückgeführt. Ganz wichtig, bei Einspritzmotoren mit elektronischer Steuerung wird der Luftstrom durch den Luftmassmesser gemessen und dementsprechend wird Benzin im Motor eingespritzt. Lässt man jetzt diese Luft ins Freie ab, dann ist zu viel Benzin im Motor, im schlimmsten Fall geht der Motor aus oder er stottert rum, merken manche, die offene Pop-Off-Ventile bei diesen Motoren einbauen, im schlimmsten Fall seufzt der Motor ab, bringt mir natürlich gar nichts. Dafür gibt es dann solche sogenannten Splitter-Walves, wo ein Teil der Luft rezirkuliert wird, ein Teil abgeblasen wird, da geht es alles nur ums Geräusch. Ich persönlich, aus technischer Sicht, kann immer nur sagen, rezirkulieren, nicht ein Zwischen nach draußen zu provozieren, es bringt mir technisch keinen Vorteil und keine Leistung. Bei Dieselmotoren, insbesondere Diesel-Pop-Off, ist auch oft gefragt, um dieses Geräusch zu haben. Bei Dieselmotoren verhält es sich so, dass dann wirklich Luft fehlt, die der Motor eigentlich braucht und ich eigentlich weniger Leistung habe beim Durchschalten oder in welcher Situation auch immer und es eigentlich noch eine Leistungsbremse ist und nur noch ein cooles Geräusch macht. Also überlegt euch, wollt ihr ein cooles Geräusch oder wollt ihr, dass euer Motor Leistung bringt? In der Regel ist das Prinzip relativ einfach. Ich habe in einem Blow-Off-Ventil meistens einen Kolben. Der Kolben wird von dem Unterdruck, der in der Ansaugbrücke entsteht, in dem Moment, wo die Drosselklappe schließt, nach oben gezogen. Der Ladedruck drückt zusätzlich gegen den Kolben. Das Ganze öffnet sich und die Luft wird durch den Auslass abgelassen. Je nachdem, wie viel Ladedruck ich fahre, kann es dazu kommen, dass der Kolben sich von alleine aufdrückt, obwohl auf der Seite auch Ladedruck anliegt. Es liegt am kleineren Querschnitt, den ich hier in der Leitung habe und deswegen sind in den Blow-Off-Ventilen verschiedene Federn verbaut oder man kann sie mit verschiedenen Federn wählen. Also umso höher der Ladedruck, umso stärker muss diese Feder sein. Jetzt gibt es Situationen, dass der Ladedruck trotzdem noch zu stark ist und trotzdem das Blow-Off-Ventil aufdrückt. In dem Moment wechsle ich von der sogenannten Push-Mode, das heißt Ladedruck drückt hier rauf, in die sogenannte Pull-Mode, das heißt der Kolben wird aufgezogen, ohne dass hier Ladedruck drückt. Wie mache ich das? Ich gebe den drückenden Ladedruck auf diese Seite. In dem Moment kann nichts aufgedrückt werden und das Ventil öffnet dann, wenn hier der Unterdruck sagt, öffnen. Dafür verwende ich in der Regel eine weiche Feder und deswegen sagt die Anleitung von Tial auch, bei den kleinen Federn oder bei den weichen Federn diese Methode zu verwenden. Warum verwende ich das nicht generell immer? Es ist einfach langsamer, der Öffnungsprozess ist langsamer. In dem Moment, wo ich den Push-Mode habe und hier drückt der Ladedruck gegen und hier sagt der Unterdruck, bitte öffnen, ist das ein zusammenarbeitender Prozess und der Kolben bewegt sich wesentlich schneller in Richtung auf. In dem Moment, wo ich hier den Ladedruck habe und hier nur das Signal zum Ziehen habe, ist diese Seite sozusagen schwächer, um den Kolben zu ziehen und öffnet dementsprechend langsamer. Bei hohen Ladedrücken ist es auf jeden Fall die richtige Variante und wenn man merkt, dass man mit viel Ladedruck fährt und man merkt, irgendwas stimmt nicht so richtig, das Blow-Off-Ventil öffnet zu schnell etc. dann einfach mal die ganze Sache drehen, solange es der Hersteller anbietet. Einen genauen Wert, bei welchem Ladedruck ihr was wählen solltet oder ab welchem Ladedruck das notwendig ist, in diesem Pull-Mode zu arbeiten, kann ich euch leider nicht geben. Das sind meistens Erfahrungswerte, aber ihr solltet darauf achten, mit sehr hohem Ladedruck, ich würde jetzt vielleicht einmal über 2 Bar sagen, solltet ihr auf jeden Fall ein Blow-Off-Ventil auswählen, welches diesen Pull-Mode auch mit anbietet. Oder ihr arbeitet komplett mit einem öffnenden Ventil, dann braucht ihr aber auch die richtige Motorsteuerung dafür. Und wie immer, wenn ihr weiterführende Fragen habt, fragt unseren technischen Support oder kommentiert das Video, wenn euch das Video an sich weitergeholfen hat. Einmal den Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn ihr auch unserem Kanal folgt.